Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse, Demi Grah und die Belagerung Toki Tokis. Wir gehen direkt ins Spielgeschehen. Im letzten Part hat ja Demi Grah alle Bösewichte, also Cell, Boo, Freeza, wiederbelebt. Und, ähm, Gohan, Gotengs und, ähm, Vegeta wurden auch unter seine Kontrolle gebracht, nur Goku irgendwie nicht. Und Goku hat uns dann geholfen. Ja, also, ähm, Goku ist der Einzige, der irgendwie nicht davon betroffen war oder so. Ich hab keine Ahnung, wieso. Oh. Epic Sequenz. No fuck. At long last, the hour of my Ascension has arrived. Huffo, Kiezen! Hehehehe. Hahahaha, ich habe das. Ich bin endlich frei. Ok. Demi Grump, Lagerung Toki Tokis. Besiege alle Gegner. Demi Grump. Oh, da fängt jetzt so derber auf die Fresse. Willkommen zurück, Time-Patroller. Es scheint, du bist late. Toki Toki ist in meinen Händen. Ich bin ein neuer Gott. Einer, der all das Zeit und all das Spanien kontrolliert. Riesen-Meteor. Bam. Kann ich ihm jetzt... Ich muss seine Verteidigung brechen. Hä? Warum kann ich das gerade nicht machen? Jetzt aber. Oh. Äh, Alter! Der verbrüht mich mit seinem Stab, obwohl er nicht mehr berührt. Ok, Potenzial freisetzen. Aua! Meine Fresse! Gehst du auf den Sack? Da hast du! Und hier, kriegst du noch einen. Aua! Du Bastard! Ich dich kriege, ne? Oha! So, jetzt! Hä? Was? Trunks? Trunks? Really? Ja, du bist kontrolliert. Ja! Oh, Mann! Oh, Junge! Ah, Junge! Gott! Trunks, was soll die Kacke? Ah! Was war das denn? Wow! Gut, das... Wow! Gut, das... Mann, was ist los bei dir? Er ist auch außerdem schon Super Saiyan. Tut mir leid. Das muss jetzt sein. Bum! Aua! Aua! Boah, hier in zwei Gegner zu kämpfen, ist richtig mies. Was? Wow! Aua! Steh auf! Ah! 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 Jetzt geht es mir aber auf den Sack! Wow! Ah! 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 Du gehst mir auf den Sack, Junge! Du gehst... Alter! Ah! Ah! Trunks, hör auf für Demi-Graw zu kämpfen und verwandel dich wieder in die normale Form zurück! Haben wir uns jetzt verstanden! Ah! 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 Alter! Was? Er versucht, meine Leidkontrolle zu entfernen? Es ist der Weg von Demigra's Magie! Keine Angst! Ich brauche deine Hilfe! Hör auf! Du defies dich, kleine Influg! Ja! Verpiss dich, Demigra! So! Ich würde frei jetzt, Franz zuerst! Ich hoffe, Trunks greift mich jetzt nicht nochmal an! Treffe ich, Trunks? Ja! Jetzt hast du ein Problem, ne? Jetzt hast du nämlich keinen Handlanger mehr! Beziehungsweise keinen Freund mehr, der dich unterstützt! Du Pussy! So! Da! Wie bitte, was wolltest du machen? Ich hab dich nicht gehört! Ich hab zu laut geschrien! Um mein Potential zu erwecken! Take this! So! Dann war's das auch mit Demigra jetzt! Was machst du jetzt? Hm! Don't get cocky! Ha! Hä? Trunks? Alles in Hot noch? Hä? Hä? Ich hab da was gegen! Oh, du hast mich gerettet, Trunks! Danke! Ah! Deine Magik wird nicht mehr funktionieren! Gib es schon! Ja! Ja! Dann komm doch her, du Arschloch! Du sollst jetzt die Macht über dem tiefsten Gott sehen! Behörig! Diese Macht ist noch größer als vorher! So! Wie? Er ist stärker? Dann macht's ja noch mehr Spaß, ihm auf die Fresse zu hohen! Komm her! Du wirst mich schäuern! Du wirst mich schäuern! Was willst du jetzt? Was willst du dagegen nochmal? Hä? Was? So! Jetzt bist du schon im roten Bereich! Hey, Goku! Was geht? Goku! Genigran! Stop this! K. 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 Krassi-Mana! Hä? Warum würde meine godliche Magik auf dich funktionieren? Huh? Ich weiß auch nicht. Es könnte... Ich weiß nicht. Dass ich ein Gott als erstes geworden bin. Ein Gott wie du. Vielleicht das könnte das sein. Was ist es? Es ist ein superer Gott. Kurse! Tja, Goku ist der Super Saiyan God. Ja, dann dürfte es ja bei Goku auch nicht wirken. Moment doch, ja doch. Noch zu dem Zeitpunkt war ja noch kein Super Saiyan God's Super Saiyan. Hier, bitte. Happy Birthday, Demigra. Da friste. Oh, Alter. So. Was soll das? Oh, fuck. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Geh weg. Geh weg. Kamekameha. Tyrannolan. Boom. Hohoho. Geil. Verdient. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Entschuldigung. Also, wo ist Toki Toki? Der Dekker Demigraß hat ihn getrunken. Wir müssen ihn rausziehen. Oh, fuck. Jetzt rass er dann nochmal richtig, oder was? Da haben Wann leicht Anahal genommen. Okay. Okay. Okay, mal gucken. Unbekannt historischer Kampf. Na dann, wird das jetzt wahrscheinlich von der Hauptstory dann der letzte Part. Danach kommen halt die Bonus-Stories. What the? How can this be? Damn this despicable world! I'll destroy it all! What are you doing? Are you insane? If you destroy the time vault, everything will disappear. Gone forever. It means you'll die as well. Huh. Hmm. Hm. You think I'm not aware of that? After everything is destroyed, I'll make a new history. MY history! Oh, fuck. What? What do you mean by that? What are you thinking? Ah, direkt drei Farah-Zip, was er, John. Huh? 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 Warum bin ich jetzt so langsam? Scheiße. Wir alle werden verlieren? Oder was? Hä? Was ist das jetzt? Huh? Wo bin ich? Eine Feder? Nein. Eine Rolle. Aber was ist das für ein Ort? Ja, 850. Ja, 850. Ich werde eine neue Geschichte machen. MEINE Geschichte! Was? Was meinst du mit dem? Was meinst du denn? Was meinst du denn? Was meinst du denn? Okay. Okay. Na toll. Das gleiche ist wieder passiert. Der Charakter ist wohl richtig wütend. Wir wissen ja, wie man in die Zeit zurückreist mit dem Ding. Von daher. Wo waren wir jetzt eigentlich? Waren wir tot oder? Das kann ja nicht sein. Und jetzt? Wo sind wir jetzt? Hä? Okay. Yo, Goku hält erst mal diese Genki-Dame aufmäßig. Und wir sind Demigra gefolgt. Yo, man. Goku umarmt dafür die Genki-Dame, die der Demigra erschaffen hat. So. Wir sind ihm jetzt gefolgt. Und jetzt? Ich bin der schlimmste Haltraum. Das wäre egal. Ja, okay. Ist in Ordnung. Das ist doch zu einfach, oder? Wenn der jetzt so groß ist. Another Monkey-Bruet. Zu langsam ist er auch noch. Du, Kack, du. So. Und jetzt? Nee, trifft mich garantiert nicht. Dafür ist er zu weit weg. Musst du überhaupt. Ich glaube. Äh. Ja. Ja, nee. So. Wie das nicht juckt, ey. Er ist schlimmer wie Broly. So, und tschüss. Ein, noch einschlag und ich bin down. Was? Willst du mich verarschen? Bro. Was soll der Mist? Du tschüsst mich eh nicht. Das kommt eh nicht an mich ran. So, jetzt setze ich hier ein Riesenmeteor entgegen. So, einen Schlag sollte ich hier aushalten. Bäm! Wow! Ah! Sturm Kamehameha! Warum juckt dich das denn nicht? Äh. Ja, von da oben trifft er mich eh nicht. Habe ich das gerade neutralisiert? Mit meinem Potenzial freisetzen? Das ist ja mal geil. Bäm! Aber ich spiele mal mit dem Pingpong hier. Teleportieren kann ich mich auch. Ja! Jetzt hab ich ihn! Haha! Hast gedacht, du bist unbesiegbar oder was? Komm doch! Riesenmeteor! Mal gucken, ob er mich trifft. Bitteschön! Bitteschön! Ha! Hast du gedacht, ne? Bastard! Kamehameha! Oh oh! Wenn er mich jetzt treffen sollte, war's das. Hä? Oh fuck! Hä? Ah! Goku! Was geht? Goku hilft uns jetzt! Hä? 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 Demigra einfach nichts mehr machen kann. Weil Goku ihn gut auffällt. Bam! Ah! Ha! 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 Oh! Hä? Was wird das jetzt? Naja, egal. Wir kriegen den schon irgendwie down. Hä? Ich hab irgendwie keine Lust zu kuscheln mit dem. Bam! Bam! Wow, wow! Yo, Goku übertreibt wieder maßlos. Potenzial freisetzen. Und jetzt Blaster Meteor. Bam! Pfff! Ha! Bam! Ich versuche mein Glück, wenn ich mich. Hä? Was ist das jetzt? Kamekameha! Alter! Wer denkt ja eigentlich, wer er ist. Und Goku wieder von nahm. So ein Arsch. So, bitteschön. Hier. Take this. Ja, sei leise. Los! Bam! Bam! I'm being overpowered? I, Demon God, Demi, brah! Captain, well, it's happen! It must not be allowed! Bam! Bam! I curse my luck, I will be. Ja. Haben wir ihn jetzt eigentlich erwischt? Oh, jetzt geh ich sterben. So, da ist er down. Geben wir noch mal ein paar mit. So. Demigra besiegt. Endlich. Geht doch. Jetzt kommt die Götze. Oh, Demigra wird aggro. Yo, Alter. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja. Die. Hahaha. Oh, fuck. I will never, ever lose to you. Bam! Oh, haha. Oha! Und dann! Ja, wir haben den so ein bisschen geplättet. Okay, Toki Toki wäre frei. Yo, Alter! Koko ist gut mit seiner momentanen Teleportation. Danke! Danke. Vielen Dank für all deine schutzenden Arbeit! Ja, ich glaub ich hab dir ein bisschen geplättet. Oh, ich bin Frank's Kumpel sogar schon. Hey there, are you interested in a little fight with me? I want to see your power. Show it to me. That sounds like fun. W-w-wait? Don't do it here. If you break the time vault, everything we've just gone through will be for nothing. We don't want that. Oh, right. Whoopsie daisy. Oh, man. Goku denkt manchmal echt gut wird. Gut, aber ich würde sagen, das war's. Das war jetzt die Hauptstory von Dragon Boy Xenoverse. Ja, also, wenn ihr noch weiter gucken wollt, ich mach noch die DLCs, beziehungsweise noch das freischaltbare in dem Spiel, also die legendäre Super Saiyan Saga. Die kann man sich so freispielen. Ähm, ja. Und dann gibt's halt noch die GT-Saga Teil Abschnitt 1 und Abschnitt 2. Und, ja. Und, um's nochmal zu sagen, ich lade jetzt die Hauptstory komplett hoch und wenn ich die DLCs schon fertig hoch, beziehungsweise fertig, ähm, aufgenommen habe, kommen die auch direkt ineinander. Beziehungsweise legendäre Super Saiyan Saga zähle ich ja zu den DLCs, weil es nicht zu der Hauptstory gehört, sondern mehr so zu den Filmen. Was natürlich auch God of Battle war, also die Bild-Saga hier, aber die Bild-Saga war anscheinend ja auch bei dem Spiel mit Hauptstory. Demigra wäre jetzt besiegt. Da würde ich sagen, ihr könnt euch die Credits noch reinziehen und die Bilder oder keine Ahnung. Und, ja, da würde ich sagen, dann war's das erstmal von mir. Ich werde höchstwahrscheinlich im nächsten Part mit Namekianer, Margin oder Freeza-Clan spielen, ähm, in der Legendary Super Saiyan Saga. Ich werde die Skills auch so ein bisschen anpassen an die Charaktere, zum Beispiel beim, ähm, wer heißt's, na, ähm, beim Namekianer werde ich zum Beispiel Höllenspirale reinnehmen. Äh, oder Special Beam Cannon, wie's hier ausgesprochen wird dann. Ja, damit unser Charakter dann dementsprechend auch aussieht und die Attacke halt kann. Volles Potenzial werde ich hier's wahrscheinlich reinnehmen, bin mir aber nicht sicher. Ähm, ja. Was gibt's denn noch? Ja, Freeza-Clan, da werde ich jetzt wahrscheinlich Supernova und Freeza, äh, Kaiser Freeza's, ähm, Dings reinnehmen, attacken. Und ich werde die Skills auch dementsprechend hochsetzen. Also, okay, werde ich jetzt wahrscheinlich bei Freeza vollmachen, weil er das braucht. Ähm, ja. Dann gibt's noch den Margin, den werde ich wahrscheinlich so wie Kipboomer mit, ähm, Super-Teleportations-Bälle und allem. Ja, dann war's das von mir. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim DLC. Wenn ihr's denn weiter guckt, äh, mir ist das egal. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch mal reinguckt. Weil die GT-Story, die kenn ich zwar, aber ich kenn auch die Hauptkämpfe, so Baby oder und und und. Aber auch vor allem GT-Saga, die Sequenzen hab ich mir nicht alle angesehen. Die hab ich dann einfach geskippt, weil ich das schnell durchhaben wollte. Und Legendary Super Saiyan Saga, die Saga wird richtig episch. Da kommt dann Bardock vor und, ach du meine Fresse, wird das geil. Okay. Dann sehen wir nochmal Goku im Kampf gegen Namek. Auf Namek gegen Frieza, nicht gegen Namek. Ja. Gut. Dann war's das von mir. Bis dann. Und Ciao. 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 Vielen Dank. 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 Just wait. Vielen Dank.